Die Parade für unser siebtes Rennen, das ist der Preis von Moulin. Auch diese Prüfung wird mit der Viererwette angeboten. Die 1, I am the one, Moulin und Tim Schwammer führen die Parade an. Es folgt jetzt bei Flatrate Haul und Ralf Oppoli. Weiter geht's mit der 5, mit Mr. Blitzer. Die Richtstatter sind hier die 8, die 10 und die 11. Der nächste Teilnehmer, der sich zeigt, ist die Programm Nummer 3. Kenn ich die Kite mit Rotte Flieger. Hier kannst du mit Robin Bacca im Surgi und Nublié Jarmé mit Jochen Holschuh beschließen. Die Kite mit Rotte Flieger, der sich zeigt, ist die Kite mit Rotte Flieger, der sich zeigt, ist die Kite mit Rotte Flieger, der sich zeigt, ist der Preis von Moulin. Und das Rennen der heutigen Kite mit insgesamt 8 Kandidaten geht's jetzt gleich auf die Reise. I am the one, who knocks. Die Kite mit Rotte Flieger mit der 3, Kantadou, Robin Bacca, die 4, Mr. Blitzer, die 4, Mr. Blitzer, die 5, Speed und gemeinsame Schlusslichter sind Mr. Blitzer, die 5, Speed und I am the one, who knocks. 500 Meter sind zurückgelegt, gemütliche 1.12.3 wurden da gefahren auf dem ersten Abschnitt und das Kommando Mitte der Graden liegt bei Nublié Jarmé unverändert. Und Kantadou, in dessen Windschatten an zweiter Stelle, die Außenspur angreift von French Tiobeau, mit innen daneben Flagford Hall, und erst kenn ich die Kite, 6. Wunschlitz, in den ersten Abschnitt, in den ersten Abschnitt, in den ersten Abschnitt, in den ersten Abschnitt. In den ersten Abschnitt geht's hinein und in den ersten Abschnitt, die Jarmé mit der 4.0 ver... ...daraus 14.8 war die vorletzte Zwischenzeit und eingangs zur Zielgeraden ist jetzt Kantadou vorn. Außen, kenn ich die Kite, der erste Angreifer, Wingspeed, und noch weiter außen werden Mr. Blitzer, bitte, in die Entscheidung geworfen. Aber vorne immer noch Kantadou, jetzt kommt Kenn ich die Kite und jetzt kommt vor allem ganz an der Außenseite der Blitzer. Mr. Blitzer, bitte, das am kührende Pferd des Jahres in Gelsenkirchen, mit einem Stoßakort dazwischen, noch ein und der One und Ops noch nicht erschienen. Kein von den Sieg bis zur Linie, Mr. Blitzer, bitte, oh, da noch noch ein Dronen und Ops-Kennigigkeit eben. Und da hinter der Kante, knappes Ende auf den ersten drei Plätzen hier, 1.14 Uhr, der letzte Abschnitt. ...Morren und Züchter, Bernd von des Lois. Und ja, das amtierende, noch amtierende Gelsenkirchenab Pferd des Jahres hat hier zugeschlagen. Das nachfolgende Gelsenkirchenab Pferd des Jahres haben Sie ja wahrscheinlich vorhin auch schon gesehen. Und jetzt also, ein Ort, den er bestens kennt aus dem letzten Jahr. Gratulation an das Gesamt. Bist du alleine da mit dem Kemp? Und Mr. Besitzer war da, aber heute. Bist du nicht hier? Nein, ich sehe den Herrn Mord. Erstmal herzlichen Glückwunsch. Ja, danke schön. Und ich bin entschuldigt, ich habe zu Holger von der Nacht, ich glaube, Mr. Blitzer wird zumindest in seine Form verloren. Und ich glaube, das ist auch ein Gewinn wert. Aber heute haben wir einen starken Mr. Blitzer wird gesehen. Das heißt, wir werden hier noch, wir haben hier noch, glaube ich, nach heute sechs Rennstage in Gelsenkirchen. Da werden wir ihn wahrscheinlich noch mal sehen, oder? Ja, normalerweise. Im achten Rennen fährst du Handy-Bice. Was können wir uns da herhoffen? Da bin ich wirklich gespannt. Vielleicht sehen wir uns gleich wieder noch mal herzlichen Glückwunsch. Herzlichen Glückwunsch, Herr Mord. Gratuliere. Und hier einen herzlichen Applaus. Und wir besitzen Herr Mord. Alles gut? Alles gut? Ich hätte nicht gedacht.